hallo ich grüße euch martin hier der options trader für diejenigen die gestern nicht dabei sein konnten wir hatten eine super sitzung dreieinhalb stunden fette inhalte reno trade und da habe ich alles mögliche hier vorgestellt sprich hier wie man den trade aufsetzt was wichtig ist wie man ihn managt trade exit entry etc das heißt ihr könnt euch gerne hier noch mal eintragen unten könnt ihr das webinar ansehen ich kann euch dann wenn ich eure e-mails habe gerne auch dann den download link senden für das webinar und die dokumentation so dass ihr alles zusammen habt also ihr seht reichlich viel stoff sehr sehr viel stoff ich habe sehr viel spaß und ja dann freue ich mich bis bald